Herzlich willkommen Leute, schön, dass ihr dabei seid zu diesem kompakten Favoriten-Video 2022. Und heute schauen wir uns mal die Marke Gian an. Für mich ist es immer noch Gian. Und da gucken wir uns mal meine persönlichen Favoriten an. Ihr seht, ich habe euch schon vier Stück hingestellt. Ein Favorit, den ich ausgewählt habe unter den vielen, vielen, wirklich sehr guten Produkten. Das muss man gleich vorwegnehmen. Ich habe noch eins hier, was ich euch jetzt hier drüben noch mit an der Seite einblende. Und zwar ist das das Gian Rim. Färgenversiegelung. Fangen wir mal an mit einem meiner absoluten Lieblingsprodukte. Extra frische Flasche hier für euch nach Hause geholt. Gian Q2M Barf Plus. Ein richtig, richtig schönes, zuverlässiges Versiegelungshampoo. 400ml. Lasst euch von der Füllmenge und von dem etwas gehobenen Preis nicht sofort abschrecken. Schaut euch gerne nochmal die Konzentration an, die man hier in den Wascham reingeben muss. Die ist nämlich nicht hoch. Und wenn man die Leistung von dem Versiegelungshampoo erreichen möchte mit einem Konkurrenzprodukt, und das sage ich ganz klar auf und ehrlich raus, dann müsst ihr bei der Konkurrenz öfters mehr Produkt einsetzen, um die Leistung zu erzeugen. Und das macht eigentlich das Ganze wieder doch rentabel für euch, wenn ihr in dem Bereich unterwegs sein wollt. Gian Barf Plus ist ein absolut tolles Versiegelungshampoo. Und wenn man sich die Marke anschaut, sollte man das sich definitiv mal in Ruhe noch mit zu Gemüte führen. Sehr, sehr schönes Produkt. Wir bleiben in der Produktkategorie Versiegelung, sprühbar aber jetzt. Und zwar ist es ein absoluter Klassiker und das ist Pflicht, das hiermit auch mit hinzustellen. Das ist das GNQ 2M Wet Coat. Ich habe jetzt auch hier die aktuelle Variante. Wer noch die vorhergehende Variante kennt, die war in einer transparenten Flasche. Das ist nochmal ein bisschen die getunte Variante, die aktuelle. Und Nassversiegelung wird auf den noch nassen oder feuchten Lack aufgesprüht und dann direkt nach ein paar Sekunden mit dem Hochdruckreiniger einfach abgestrahlt. Und Andreas hat das ja auch, denke ich mal, mit im Winter Vorbereitungsvideo mitgezeigt, wo es um das Thema Versiegelung geht. Was sollte man sich vielleicht im Winter aufs Auto drauflegen? Was kann man während der Winterzeit nutzen, um vielleicht abgenutzte Versiegelung nochmal ein bisschen zu boosten und zu schützen? Und da ist natürlich auch das GN Wet Coat einfach ein absoluter Favorit, was von der Leistung her auch top überzeugt. Auch hier, in dieser etwas kleineren Flasche, 500 ml sind drin. Bei einer Nassversiegelung ist der Verbrauch auch immer ein bisschen höher als bei einer normalen Sprühversiegelung, weil ihr natürlich den ganzen Bereich einsprühen müsst. Aber man muss immer schauen, wann braucht man diese Produkte, wann braucht man die Produktkategorie. Ist man ein Fan von Nassversiegelung, ja oder nein, nehmt man lieber eine Sprühversiegelung, dauert natürlich auch ein bisschen länger. Ablüftzeit und so weiter, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber wenn ihr eine Nassversiegelung sucht, ist das GN Wet Coat immer ein Kandidat, den man mit auf seine Liste mit draufnehmen sollte und überlegen sollte, ob man sich den mit reinholt in den Warenkorb und ins Inventar. Weiter geht's mit einem Produkt, was auf meinem Kanal noch gar nicht so mit vertreten war. Aber was eigentlich im Hintergrund, weil das liegt einfach daran, dass die Fahrzeuge, die ich bisher hatte, nicht so viel Kunststoff mit an Bord hatten im Außenbereich. Aber dazu kommt jetzt in den nächsten Tagen auch ein Video. Und zwar ist das ein absoluter, nennen wir es mal auf meinem Kanal, ein Geheimfavorit, weil er noch gar nicht so die Bühne bekommen hat, die es eigentlich verdient. Und das ist hier das GN Trim. Das ist eine Kunststoffversiegelung. Hier ist auch ein Applikator mit dabei, vier Soede-Tücher, auch mal exklar komplett für euch neu geholt, weil meine Version noch die Vorgängerversion war, die ich hatte. Hier mal die aktuellste Variante und eine Versiegelung für Kunststoff. Frischt wunderbar auf, hat einen schönen Abhell-Effekt, hat natürlich aufgrund dessen, dass es halt eine Versiegelung und eine Langzeitversiegelung ist, auch eine absolut top Standzeit. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und für mich, muss man fairerweise sagen, die bessere Alternative zu einer normalen Kunststoffpflege im Außenbereich, wie zum Beispiel Sonax Plastic Protectant, auch zum Beispiel für den Kochchemie haben wir eine Kunststoffpflege für den Außenbereich, das Nanomagic Plast Care. Dann gibt es von vielen, vielen anderen Herstellern auch noch Kunststoffpflege für den Außenbereich. Die halten aber für mich nicht so lange wie dieses Produkt. Ist natürlich vom Aufwand her wieder ein bisschen größer, aber im Prinzip wird es genauso aufgetragen, im Groben und Ganzen. Muss aushärten und dann habt ihr wirklich eine sehr schön lang aufgefrischte Oberfläche. Dazu kommt ein Video, kann ich euch jetzt schon sagen, wird euch gefallen. Und deswegen ist es auch in meinem Favoriten mit drin. Ich hätte es fast aus den Augen verloren. Es gehört aber definitiv mit zur besten Liste bei Gian. Dann haben wir noch ein Produkt, auch hier wieder Richtung Kunststoff, aber wir reden jetzt hier mehr von Gummi, euren Reifen. Gian Q2 Tire. Es gibt noch das Tire Express, was mir nicht so gut, also es gefällt mir auch, aber es kommt nicht für mich ans Gian Tire ran, deswegen steht das Express immer noch hinten. Und hier das Tire ist mit auf die Bühne gelangt sozusagen. Ist auch ein absoluter Langzeit-Klassiker, ist in verschiedenen Vergleichstests, auch im ganzen weltweit Netz, auch immer wieder bei den besten Listen mit dabei und ganz oben. Und deswegen ist es auch bei mir hier, das Gian Tire, mit in diesem Ranking mit drin. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich jetzt aktuell nicht zu Hause habe, weil ich solche Kamek-Versiegelungen immer erst nur hole, frisch von den Shops, wenn ich das brauche und nutzen möchte. Deswegen habe ich jetzt, kann ich euch nur das Gian Q2 Rim hier mit einblenden oder habe es euch mit eingeblendet, weil das ist auch eine richtig, richtig weitverbreitete, sehr beliebte und sehr zuverlässige Felgen-Versiegelung. Also das Rim musste hier mit in die Favoritenliste mit rein, in die Top 5 und darum auch vom Abwehrverhalten sehr, sehr schön, vom Auftragen her sehr, sehr schön gemacht. Ich habe auch noch nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Schlieren oder Wolkenbildung oder irgendwelchen Schwierigkeiten, dass das Produkt so stark anhaftet oder schmierig wird, vor allem auch auf Hochglanzfelgen. Auf Mattfelgen geht es genauso, habe ich auch ausprobiert, habe ich ja keine Satang-Farbveränderung gesehen. Trotzdem seid ihr ein bisschen vorsichtig. Es gibt von Gian auch für matte Oberflächen noch spezielle Versiegelungen. Das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung. Auf matten Felgen habe ich es aber auch schon genutzt, ging auch klar. Aber überlegt euch das gut und schaut doch mal in Ruhe euch die Produkte an. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich am Anfang mit angesprochen hatte. Ich hätte hier noch ganz andere Sachen mit hinstellen können. Es gibt die sehr, sehr guten Keramik-Versiegelungen von Gian. Es gibt auch das Gian Cure, was zwar preislich ein bisschen intensiver ist, aber ideal ist als Zusatzpflege, als Zusatzschutz für die Keramik-Versiegelung, vor allem in den ersten Tagen, wenn es ums Thema Wasserflecken geht. Es gibt noch das Wachs, was ich hiermit hinstellen hätte können. Es gibt so viele Sachen auch im Mikrofaserbereich. Auch das Gian-Trockentuch finde ich gar nicht schlecht. Ich finde es aber preislich ein bisschen zu teuer, weil da gibt es jetzt vor allem mit Chemical Works einfach Top-Alternativen, die mindestens genauso gut sind, wenn nicht sogar noch moderner und einfach einen besseren Preis haben. Also das heißt nicht, dass die Produkte irgendwie nicht gut sind, aber auch zu teuer. Was ich auf jeden Fall auch noch mit erwähnen muss, ist Gian Barf Essence, dieses hochkonzentrierte Shampoo, was man natürlich dann super im Waschhandschuh und im Wascheimer nutzen kann, was aber so hochkonzentriert ist, dass man wirklich eine ganz geringe Menge braucht. Die Essenz sozusagen. Also auch das sehr, sehr schön. Und es gibt noch viele, viele andere gute Produkte. Ich danke euch an der Stelle schon mal für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Fragen habt zu den Gian-Produkten, mal unten in die Kommentare rein und schreibt mal eure fünf Gian-Favoriten unten in die Kommentarbox rein. Da bin ich echt gespannt. Habt ihr vielleicht auch einen Favoriten dabei, der in meiner Top 5 mit dabei ist? Oder sagt ihr, Sebastian, ich habe noch fünf andere Produkte von Gian, die mir noch besser gefallen oder die vielleicht in meine Favoritenliste mit reinzielen? Schreibt es mal gerne unten rein. Und vielleicht habt ihr auch ein Produkt, wo ihr sagt, das ist das beste Produkt von Gian. Und vielleicht habt ihr auch ein Produkt, und das müssen wir auch ganz klar mitnehmen, vielleicht habt ihr auch ein Produkt, wo ihr sagt, das gefällt mir gar nicht. Auch das schreibt man mit rein, da bin ich auch gespannt. Also insgesamt kann man ganz klar sagen, wer bei dem einen oder anderen Mehrpreis nicht gleich abgeschreckt wird, bekommt hier eigentlich durch die Bank weg eine extrem hohe Produktauswahl, auch an verschiedenen Kategorien, auch an verschiedenen Leistungsstufen. Denken wir mal hier ans Gian-Tire und an das Express zum Beispiel. Und ihr bekommt eigentlich durchweg auch Produkte, die funktionieren. Ich habe noch kein Gian-Produkt gehabt, wo ich sage, das ist die schlechteste Reifenpflege, die ich je gesehen habe. Das ist das schlechteste Shampoo, was ich je im Waschhandschuh hatte und im Wascheimer. Oder das ist die schlechteste Versiegelung, die ich je hatte. Bei mir ist es da noch nie vorgekommen. Also schreibt es mir gerne unten rein. Was haltet ihr hier vom Gian, vom Produktsortiment? Aber eines muss man ganz klar betonen, es sind nicht die preisgünstigsten Produkte, die es auf dem Markt gibt. Und deswegen gibt es natürlich viele, viele auch Alternativen. Und ich versuche natürlich gemeinsam mit Andreas hier da auch für euch viele, viele Favoriten zu finden. Aber wenn wir uns nur auf Gian beschränken würden, wäre ich mit dem Sortiment auf jeden Fall sehr, sehr gut zufrieden. Bis dahin, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. In die Kommentare. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.